Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Hush! Hilf mir! Hilf mir! Jaaa! Ich werde gerade Hallo Leber haschen! Er sieht... Er sieht gut trainiert aus! Kann ich dir jetzt helfen? Na gut! Hahahaha Gleich kriegst du gesagt, dass du dich noch fernhalten solltest! Warte mal, Eck! Klär mir mal was! Warum ist die Küche offen? Da gibt's doch Messer und so! Ja nee, das ist ja nur die Essensausgabe! Ach so! Äh! Yeah! Mit oder ohne dich... Ich gehe nach ihnen! Aber ich bin ziemlich sicher, unsere Chancen wären viel besser, wenn wir zusammenarbeiten! Und du kennst das! Ja, natürlich weiß ich das! Aber... Können es halt auch ein Klotz am Bein werden! Ich? Ja schon! Ou! Ein Orb! Ob? Noh ja! Ja! Oh, ich glaube, es ist eine Mare. Hey, Fred. Fred ist ein guter. Ah, deswegen. Oh, klar. Es ist immer scheißegal, weil der wird unterbezahlt. Er muss seine Schrottarbeit machen. Und dann denkt er sich, komm, da stecke ich halt den Zähner ein. Ja, aber egal, was da passiert, im Zweifel wird halt einer abgemessen. Oh, da kommt es ins Loch. Wir müssen da hoch, also... Aber erst mal muss ich mir ein Besen schwingen. Hä, was ist denn hier los? Ich wollte da über die Mauer springen. Wieso komme ich da nicht weiter? Ah, nicht wieder. Okay, ich finde, ich habe jetzt... Ich finde, ich habe genug jetzt gemacht hier. Mach ich jetzt mal ein bisschen weiter. Kann man hier irgendwas machen? Oh, ich kann ihn zerbrechen. Kannst du deinen auch zerbrechen? Äh, habe ich nicht probiert. Kannst du den Wachen ablenken? Nicht, dass die es hört, wenn ich ihn zerbreche. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob ich ihn ansprechen kann, ne? Hallo, Sir. Wollen wir nicht, dann zerbreche ich jetzt einfach mal. Hey, Guard. Meine Bremse hat gerade gebrochen. Ah, die Bremse hat nur noch einen. Okay. Die Frage ist, kannst du auch hier vorne den Wachen ablenken? Nee, warum hol dir einen neuen? Ja gut, dann hole ich mir den direkt aus dem Eimer nebendran. Hä? Komm ich jetzt da hoch? Hier ist doch noch ein... Den hast du doch gerade gehabt, wieso kann ich deinen nicht verwenden? Okay, der hier vorne muss auch abgelenkt werden. Ja, warte mal. Versuch nur gerade deinen zu nehmen, weil ja meiner zerbrochen ist und ich mir einen neuen holen soll. Ja, vielleicht muss den Typ mal an der Tür vorne ansprechen. Und sagen, hier, ich brauche einen neuen Wesen. Weißt du, der du jetzt ablenken musst für mich. Hey, meine Bremse hat gebrochen. Sag ich doch. Just stay here. Okay. Meine Bremse hat gebrochen. Ah, okay. Ich glaube nie auf, dass ich dich schon so zweifelst. Was mache ich denn da? Du gehst für Hilfestellung, jetzt kann ich trauen. Ach so. Let's go. Grab my hand. Ah ja, oder wir wechseln ab. Oh, okay. Natürlich, ich bin ja der Chef. Glaubst du nicht, dass du dich auf meine Füße stellen darfst? You? What are you doing? Nothing. Just looking around. I got you a new room. Ich sag's die gleiche Ausrede, die ich auch hatte. I think just looking around. Now get back to work. Yeah. Alright. Just need to get back with this shit is everywhere. Ich bringe den Meisen zu Fred. Hey, dann bringe den Meisen zu Fred. Ich bin schüchel. Nein, warum bleibst du denn? Alter, ich will da runter. Nein. Wieso kletter ich schon immer wieder hoch? Vielleicht nur einmal kurz drücken und das war's. Ah, nein. Ich habe aus Versehen auf Wege drückt beim runterklettern. Das ist natürlich wieder hochgeklettert. Ich muss den nochmal irgendwie ablenken. Entschuldigung, es ist mein erstes Tag, das hier zu tun. Wie lange hast du hier gearbeitet? Ah, okay, wir teeren das Dach. Ja, ja, natürlich. Ich will nicht teer draufschmieren. Oha, ich breche jetzt erst mal ein Dachfenster auf. Wir kriegen irgendwas Spannendes, bevor ich rausgehe. Hey. Ich bin mal dann mit dem hier. Vincent, hol mich hier raus. Vincent. Auf mit dir zu reden, hol mich raus. Ah, und das ist jetzt gar nicht laut, oder so? Schön, nee. Ich habe ja oben ein Dachfenster aufgebrochen und so. Ich muss jetzt einfach Fred das Tool geben. Ich muss jetzt einfach mal den Dachfenster 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 geben. Hey, Leo. Was ist, Fred? Ich habe etwas ganzes Besonderes für dich zu reden. Ich hoffe, du magst es. Ich bin sicher, ich will. Ich muss jetzt einfach mal den Dachfenster geben. alles klar toilette auseinandernehmen mein gott kann ich auch für doch ich kann aufhören ich denke ich denke ich denke ich denke ich habe die frage ist wie lange von wegen schlägt ihn ab von wegen ich habe mit ihm gesprochen und ja am einmal ist ein so weiter gerannt ok noch mal Entschuldigung, nein. Entschuldigung. Was? Entschuldigung. Könnte ich noch ein paar extra Schiefe? Nein, das wird nicht passieren. Ja, alles gut. Was machst du so lecker? Stopp busting meine Kugeln, Mann. Ich mache nichts. Ach, ein anderer kommt von... Ja, du siehst es auch gerade. Ja. So. Ja, der ist. Kommt ja gleich wieder zurück. Kommt wieder zurück. Und jetzt geht's weiter. So, jetzt, 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 jetzt. Ja, ich bin dran, ich bin dran. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei... Zitzen, neun, acht, sieben, acht. Ja, eine Schraube hab ich, glaub ich, rausbekommen. ... ist morgen ein Besuchend. No. Du bist sicher? Ja, geh ins Bett. Geh ins Bett, Inmate! Ich bin nicht ständig, bring mich allein. Es ist irgendwie immer gleich, und sobald er weg ist, kannst du dann direkt wieder anfangen, dann kriegst du eine Schraube raus. Jetzt muss ich warten, ich gehe dann wieder die zwei Schritte zu dir rüber. Geh ins Bett! Ich bin auf meinem Weg. Ich versuche meine Hände zuerst. Ja, 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 ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Das rausschrauben ist übrigens übertrieben anstrengend. Okay, ähm, ja, ich muss gleich aufhören, die Most. Wachtung, Wache ist gleich da, Wache ist gleich da. Ich höre auf, ich höre auf, ich höre auf. Okay, ähm, ja, ich muss gleich aufhören, die Most. Wache ist gleich da. Da ist es. ich denke wenn ich anfange mit ihm zu reden habe ich noch so ein paar sekunden hast noch ein paar sekunden ja darf halt im moment nicht verpassen mit der andere kommt mal wieder das übliche halt aber warum muss ja auch immer noch einzelne weitergehen zurück und macht dich schon mal bereit ja ich bin schon und go 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 ja ich hab sie gleich ich hab sie gleich also es erinnert mich ja sowas wie von an prüsten break schon vielleicht basiert sie auch darauf wer weiß und der von anderen seite guck auch die andere seite ich lass dir irgendwann die reihenfolge ändern du hast vollkommen recht ja nicht immer davon ausgeht dass der entwickler dumm war kommt er zu dir schon auffällig die einzigen beiden auf dem flur die wach sind er sagte gar nichts ja weil ich nicht dran war mich hat trotzdem angesprochen und sieht's aus kann ich wieder jetzt mach weiter krass du hast gesehen wie ich das mache ja ich bin fertig ja dann gib mir das werkzeug ich gucke erstmal raus wie es aussieht oder geht nicht alles klar jetzt musst du das ganze machen ja und du sagst wann ich stoppe und soll ja er kommt der karte kommt weg auf 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 aufhören aufhören aufm kuckuck kuckuck nichts machen nichts machen nichts machen der kommt gleich zurück der komplett was machst du denn ich dachte du redest kurz mit ihm dann kann ich mit ihm reden habe keine option mit ihm zu reden ich musste dafür immer weggehen von den gitterstellern ach so ja aber lohnt ja nicht So, kannst, 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 kannst. Im Moment sind sie beide weit weg. Fand ich irgendwie anstrengend, das rausschrauben. Langsam, er macht sich in Bewegung. Kannst noch einen rausschrauben, fertig, aber dann muss er weg. Okay, jetzt mach Schluss, mach Schluss, mach Schluss, mach Schluss. Sicher ist sicher. Lieber einmal zu früh, als einmal zu spät aufhören. Hey, Guard. Was willst du? Ich? Was jetzt? Ähm, wie viel hast du eine Stunde? Als Guard? Mehr als du, als ein Präsenz. Jetzt geh zum Bett. Ja, als du im Gefängnis machst. Ja, das ist, das klingt vernünftig. So, let's go. Go, go, go. Aber du wirst nicht viel Zeit haben. Der andere fängt an, sich zu bewegen. Noch ist er weit weg. Ja, ich tippe gerade auf eh wie ein Verrückter. Ja, hab ich auch gemacht vorhin. Okay, meiner kommt langsam wieder. Du hast noch einen Moment Zeit. Du hast noch einen Moment Zeit. Moment, hast du noch. Aber du solltest dir jetzt nicht zu lange Zeit lassen mehr. Hallo, hallo, Mister. Achtung, 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 Achtung. Achtung, schnell, 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 schnell. Hast du schon raus, das Gitter? Ja. Toll, die Wache steht vor uns und du erzählst mir das. Ja, 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 ich bin schon. Aber das irgendwie, wie leicht das jetzt ging. Schon irgendwie, ne? Ja, okay. Alles klar. Let's go out. Wo ist bitte das Rohr, wo die... Ist egal. Ich frag nicht. Stimmt, das Rohr für... Ja. Für die Toilette, ne? Ja. Wir sind am Flüchten. Da sollen wir durch? Nein, 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 da geh ich nicht durch. Ich fürchte, wir müssen da durch. Der andere Lüfter ist vergittert, die Tür ist verriegelt. Oder geht's hier weiter runter, dann? Nee, der da unten war immer gekrabbelt. Ja. Ja, okay. Ich fürchte, wir müssen irgendwas mit dem Lüfter anstellen, damit wir da durch können. Aber was? Kann nicht sein. Wie verrät einem das sonst alles? Okay, ich geh nochmal runter, gucken, ob wir das übersehen haben. Ja, ich brauch deine Hilfe mal da oben, bitte. Ah, du hast was gefunden. Sehr gut, das ist wahrscheinlich die Leitung, mit der wir gleich das Ding aus der Kraft setzen. Wo bist du? Ja, links, links, links. Ah. Nein, das stecken wir jetzt in die Lüfter, um ihn zu blockieren. Something to stop the fan with, yeah. That's what I say. Oh, weh, kein Bock, das Ding da reinzuhauen. Oh, Digga. Was machst du mit mir? Oh, Digga. Okay, go€ Also. Or bihlil Dust. Wow. atus